Kein Ereignis des Mittelalters hat so rasch die Runde durch die christliche Welt gemacht wie der Sieg Saladins und die Eroberung Jerusalems. Für den Christen konnte es nur eine Antwort geben, das Kreuz nehmen und nach dem Heiligen Land ziehen, um Jerusalem zurückzuerobern. Aber das grandiose Schauspiel von 1096, als dieser Aufschrei Gott will es durch Europa erschallte, blieb diesmal aus. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Der rührend einfache Gottesglaube der Feudalherren des 11. Jahrhunderts war verschwunden. Ritterturniere und romantische Galanterie hatten sich in die Herzen der Edlen eingenistet. Blutiges Kriegshandwerk und wildes Draufschlagen war aus der Mode gekommen. Wie konnte man die Herzen der neuen Ritter zum Kampf gegen die Ungläubigen entfachen? Es schien, dass man sie nur noch bei der romantischen Ader packen konnte. Das größte ritterliche Abenteuer für einen Mann war der Kampf im feindlichen, unbekannten, von schönen Frauen, wilden Bestien und sarazenischen Räubern erfüllten Morgenland. All diese ritterlichen Eigenschaften trafen auf einen Mann zu, der denn auch zum Helden des letzten, ganz Europa umfassenden Versuchs der Rückeroberung Jerusalems wurde. Richard Löwenherz, der König von England. Er war neben Kaiser Barbarossa der mächtigste Herr Europas. Es gibt keine Eigenschaft oder Tugend, die von den Chronisten seiner Zeit nicht rühmend erwähnt wird. Stark und groß war er. Rotblond seine Haare, strahlend der Blick. Edel, leutselig und gottesfürchtig. Ein großartiger Feldherr, ein genialer Erfinder, wenn es um neue Belagerungsmaschinen ging. Und Verse von hoher Qualität schrieb er auch noch. Gemeinsam mit seinem königlichen Vetter Philipp von Frankreich beschloss Richard, die Einführung eines Saladin zähend. Jeder Untertan musste ein Zehntel seiner Jahreseinkünfte abliefern, um die Ausrüstung des Kreuzfahrerheeres mitzufinanzieren. Am 4. Juli 1190, drei Jahre nach dem Fall von Jerusalem, brachen die beiden Könige gemeinsam auf. Zwei unterschiedlichere Heerführer mag es in der Geschichte selten gegeben haben. Auf der einen Seite der ungebändigte, tatkräftige Richard, dem es allerdings an politischem Scharfsinn mangelte, auf der anderen der geborene Diplomat Philipp, dem es nur um die Größe Frankreichs ging. Die beiden Könige erfuhren, dass der Herr der abendländischen Christenheit, Kaiser Friedrich Barbarossa, nicht nur das Kreuz genommen habe, sondern bereits die Donau abwärts fahre, um danach auf dem Landweg von Wien aus quer durch den Balkan das heilige Land zu erreichen. Das war überraschend, denn Barbarossa war 70, er hatte ja schon den unseligen zweiten Kreuzzug unter seinem Onkel Konrad III. mitgemacht und mochte sich über die Lage in Palästina keine Illusionen machen. Aber man erzählte sich, dass der Kaiser geweint habe, als er vom Verlust Jerusalems erfuhr. Niemand habe ihn davon zurückhalten können, selbst in den Osten aufzubrechen. Seine Herzöge und Lehensleute folgten ihm blindlings. Die Autorität des alten Kaisers war ungeheuer. Das Heer Barbarossas war wohl die disziplinierteste Truppe, die je durch den Balkan und Kleinasien zog. Es gab weder Plünderungen noch Dirnen im Heer. Nahezu unbehelligt und ohne große Verluste durchquerte des Kaisers Aufgebot Kleinasien, überschritt die Taurus-Pässe und stieg knapp in die Ebene von Kilikien. Und hier, an einem heißen Abend am 10. Juni 1190, geschah das Unglück. In einem reißenden, kalten Gebirgsfluss ertrank Kaiser Barbarossa. Vielleicht traf ihn auch der Schlag, oder er wurde womöglich von den reißenden Fluten mitgerissen. Wie auch immer, das Heer war des Führers beraubt. Sein Sohn, Friedrich von Schwaben, vermochte die Männer nicht beisammen zu halten. Viele Fürsten und Grafen beschlossen umzukehren, andere suchten eine Schiffsüberfahrt nach Tyros. Nur etwa die Hälfte des Kreuzheeres war bereit, sich dem Oberbefehl des jüngeren Friedrich unterzuordnen. Die Disziplin brach ein. Plündernd und raubend zogen die Deutschen in kleinen Gruppen bis nach Antiochia, wo sie, ein verwilderter Haufen, Ende Juni 1190 eintrafen und gastfreundlich von Fürst Bohemund von Antiochia aufgenommen wurden. Friedrich von Schwaben verlor, als er Ende August ins Heilige Land weiterzog, den Überblick über seine in der ganzen Stadt verstreuten Truppen. Nur knapp die Hälfte bekam er schließlich zusammen. Vor Akko, das er gemeinsam mit den Herren Utremeers belagerte, starb der Sohn Barbarossos im Januar 1191. Sie. Musik 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 Während König Philipp von Frankreich unangefochten von Marseille aus nach Messina auf Sizilien segelte, dem Treffpunkt mit dem englischen König entgegen, reiste Richard Löwenherz von Abenteuer zu Abenteuer. Er nimmt an Turnieren teil, veranstaltet selbst welche, kauft Kleider und Juwelen, bleibt die Rechnungen schuldig und schlägt die Lieferanten tot. Er stürmt die Burgen von Feinden, zündet Städte an, wenn ihm die Bürger frech erscheinen und streut, wenn ihm danach ist, wahllos Geschenke aus. Auf Sizilien trifft er mit Philipp von Frankreich zusammen und schließt einen Vertrag über ein gemeinsames Vorgehen im Heiligen Land. Der Vertrag enthält die Klausel, dass Richard und Philipp alle ihre Eroberungen gerecht und gleich teilen wollen. Als die Könige vor Akko eintrafen, fanden sie ein entmutigtes, von Saladin eingeschnürtes Belagerungsheer vor. Zwar existierten höchsteffektive Belagerungsmaschinen, aber wie sehr auch Felsbrocken gegen die Mauern Akkus geschleudert wurden, Erfolge zeigten sich zunächst nicht. Es fehlte ein genialer, tollkühner Führer. Richard Löwenherz war der rechte Mann zur rechten Zeit. Drei Wochen nach Richards Eintreffen zeigte die energische Beschießung Akkus endlich erste Erfolge. Anfang Juli brachen gewaltige Mauerteile ein. Richard, dies war eine der berühmtesten Heldentaten des Königs, grub ganz allein, weil sich alle anderen fürchteten, unter den Mauern von Akko einen Gang bis ins Innere der Festung, befreite einige Gefangene, die er wieder in Freiheit zurückzehrte. Er blieb unverletzt, obwohl der Gang, den er gegraben hatte, hinter ihm einstürzte. Am 4. Juli 1191 sandte die Besatzung Akkus zum ersten Mal einen Boten ins christliche Lager, der vorfühlen sollte, wie man sich eine Übergabe vorstellte. Löwenherz taktierte geschickt. Er sandte Boten zu Saladin, unter dem Vorwand, ein länger zurückliegendes Angebot des Sultans anzunehmen und sich exotische Delikatessen schenken zu lassen. Die Boten aber teilten, gleichsam unabsichtlich, mit, dass Akko bereits um Frieden bitte. Saladin war außer sich vor Zorn und wollte am 12. Juli zum Großangriff gegen die Belagerer antreten. Aber es war bereits zu spät. Schon am 11. Juli unterzeichneten die christlichen Fürsten und die Kommandeure der Festung Akko die Kapitulation, die auch im Namen des nichtsahnenden Saladin erfolgte. Den Christen waren 30.000 Goldstücke zu zahlen, die Besiegten versprachen, 1.500 fränkische Gefangene zu entlassen und das wahre Heilige Kreuz zurückzugeben. Dafür wurde der Besatzung der Stadt freier Abzug zugesichert. Doch kaum war Akko erobert, brach wieder Streit unter den Christen aus. Am folgenschwersten sollte sich aber Richards Befehl auswirken, dass Banner des Österreichers Leopold, der inzwischen die Reste des deutschen Heeres befehligte, vom Turm des Schlosses zu holen und es in die Latrine stopfen zu lassen. Leopold war tödlich beleidigt und verließ Akko und das Heilige Land. Er schwor Rache gegen den Engländer, ein Eid, den er sehr bald erfüllen sollte. Wenig später verließ auch König Philipp von Frankreich tief gekränkt das Heilige Land. Richard hatte ihn, als er auf Leben und Tod im Krankenbett da niederlag, mit der falschen Meldung schockiert, dass dessen Sohn Ludwig gestorben sei. Philipp sah darin wahrscheinlich zu Recht eine böse Absicht und handelte. Richard, nun alleiniger Führer des Heeres, befahl den Marsch nach Jaffa und war entschlossen, mit Saladin zu einem Frieden zu kommen, der ihn nicht das Gesicht verlieren ließ. Denn an eine Eroberung Jerusalems war angesichts der starken Befestigung der Stadt und einer ebenso beeindruckenden Besatzung nicht zu denken. Saladin hatte immerhin mehr als 10.000 seiner besten Kämpfer dort konzentriert. Und zu Hause in England hatten sich seine Feinde gegen ihn zusammengerottet. Aber die Friedensverhandlungen zwischen Richard Löwenherz und Saladin zogen sich hin. Endlich, am 2. September 1192, wurde der Friedensvertrag zwischen Saladin und Richard unterschrieben. Das Ergebnis war aus Sicht der Kreuzfahrer ziemlich mager. Dem Königreich Jerusalem verblieb ein schmaler Küstenstreifen von Tyros im Norden bis Jaffa im Süden. Er war nirgends breiter als 15 Kilometer und ähnelte dem 1949 gegründeten jüdischen Staat Israel. Der Zugang zu Jerusalem wurde den Christen garantiert. Lateinische Priester durften in der Heiligen Grabeskirche als Diakone tätig sein. Ascalon, jene Stadt, die Richard mit so viel Hingabe zu einer gewaltigen Festung ausgebaut hatte, musste Saladin übergeben werden. Am 9. Oktober 1192, 16 Monate nach seinem Eintreffen im Heiligen Land, schiffte sich Richard Löwenherz tief enttäuscht und bedrückt zur Heimreise ein. Einer der ersten Herbststürme zwang den König auf Korfu-Zuflucht zu suchen. Er mietete eine Seeräuberbarke, die ihn die Adria hinauf bis in die Gegend von Triest brachte. Von dort machte sich Richard mit wenigen Begleitern auf, um sich nach Bayern, auf das Gebiet seines welfischen Schwagers Heinrichs des Löwen, durchzuschlagen. Aber er irrte sich in der Richtung und geriet in die Hände seines Todfeindes, des Herzogs Leopold von Österreich. Der hatte die Schmach von Akko, als Richard seinen Banner in die Latrine werfen ließ, nicht vergessen und sperrte ihn in die Burg Dürnstein an der Donau ein. Erst zwei Jahre später, im März 1194, wurde der englische König schließlich gegen eine damals ungeheure Summe, die dem heutigen Gegenwert von 30 Millionen Euro entspricht, freigelassen. Fünf Jahre später starb Richard nach einem unbedeutenden Gefecht in Mittelfrankreich an einem Fallschuss. Als die Könige vor Akko eintrafen, fanden sie ein entmutigtes, von Saladin eingeschnürtes Belagerungsheer vor. Zwar existierten höchsteffektive Belagerungsmaschinen, aber wie sehr auch Felsbrocken gegen die Mauern Akkos geschleudert wurden, Erfolge zeigten sich zunächst nicht. Es fehlte ein genialer, tollkühner Führer. Richard Löwenherz war der rechte Mann zur rechten Zeit. Drei Wochen nach Richards Eintreffen zeigte die energische Beschießung Akkos endlich erste Erfolge. Anfang Juli brachen gewaltige Mauerteile ein. Richard, dies war eine der berühmtesten Heldentaten des Königs, grub ganz allein, weil sich alle anderen fürchteten, unter den Mauern von Akko einen Gang bis ins Innere der Festung, befreite einige Gefangene, die er wieder in Freiheit zurückzehrte. Er blieb unverletzt, obwohl der Gang, den er gegraben hatte, hinter ihm einstürzte. Am 4. Juli 1191 sandte die Besatzung Akkos zum ersten Mal einen Boten ins christliche Lager, der vorfühlen sollte, wie man sich eine Übergabe vorstellte. Löwenherz taktierte geschickt. Er sandte Boten zu Saladin, unter dem Vorwand, ein länger zurückliegendes Angebot des Sultans anzunehmen und sich exotische Delikatessen schenken zu lassen. Die Boten aber teilten, gleichsam unabsichtlich, mit, dass Akko bereits um Frieden bitte. Saladin war außer sich. Als er Ende August ins Heilige Land weiterzog, den Überblick über seine in der ganzen Stadt verstreuten Truppen, nur knapp die Hälfte bekam er schließlich zusammen. Vor Akko, das er gemeinsam mit den Herren Utremeers belagerte, starb der Sohn Barbarossos im Januar 1191. Musik Während König Philipp von Frankreich unangefochten Vorgaben von Marseille aus nach Messina auf Sizilien segelte, dem Treffpunkt mit dem englischen König entgegen, reiste Richard Löwenherz von Abenteuer zu Abenteuer. Er nimmt an Turnieren teil, veranstaltet selbst welche, kauft Kleider und Juwelen, bleibt die Rechnungen schuldig und schlägt die Lieferanten tot. Er stürmt die Burgen von Feinden, zündet Städte an, wenn ihm die Bürger frech erscheinen, und streut, wenn ihm danach ist, wahllos Geschenke aus. Auf Sizilien trifft er mit Philipp von Frankreich zusammen und schließt einen Vertrag über ein gemeinsames Vorgehen im Heiligen Land. Der Vertrag enthält die Klausel, dass Richard und Philipp alle ihre Eroberungen gerecht und gleich teilen wollen. Kein Ereignis des Mittelalters hat so rasch die Runde durch die christliche Welt gemacht wie der Sieg Saladins und die Eroberung Jerusalems. Für den Christen konnte es nur eine Antwort geben, das Kreuz nehmen und nach dem Heiligen Land ziehen, um Jerusalem zurückzuerobern. Aber das grandiose Schauspiel von 1096, als dieser Aufschrei Gott will es durch Europa erschallte, blieb diesmal aus. Die Zeiten hatten sich gewandelt. Der rührend einfache Gottesglaube der Feudalherren des 11. Jahrhunderts war verschwunden. Ritterturniere und romantische Galanterie hatten sich in die Herzen der Edlen eingenistet. Blutiges Kriegshandwerk und wildes Draufschlagen war aus der Mode gekommen. Wie konnte man die Herzen der neuen Ritter zum Kampf gegen die Ungläubigen entfachen? Es schien, dass man sie nur noch bei der romantischen Ader packen konnte. Das größte ritterliche Abenteuer für einen Mann war der Kampf im feindlichen, unbekannten, von schönen Frauen, wilden Bestien und sarazenischen Räubern erfüllten Morgenland. All diese ritterlichen Eigenschaften trafen auf einen Mann zu, der denn auch zum Helden des letzten, ganz Europa umfassenden Versuchs der Rückeroberung Jerusalems wurde, Richard Löwenherz, der König von England. Er war neben Kaiser Barbarossa der mächtigste Herr Europas. Es gibt keine Eigenschaft oder Tugend, die von den Chronisten seiner Zeit nicht rühmend erwähnt wird. Stark und groß war er, zurückhalten können, selbst in den Osten aufzubrechen. Seine Herzöge und Lehensleute folgten ihm blindlings. Die Autorität des alten Kaisers war ungeheuer. Das Heer Barbarossas war wohl die disziplinierteste Truppe, die je durch den Balkan und Kleinasien zog. Es gab weder Plünderungen noch Dirnen im Heer. Nahezu unbehelligt und ohne große Verluste durchquerte des Kaisers Aufgebot Kleinasien, überschritt die Taurus-Pässe und stieg knapp in die Ebene von Kilikien. Und hier, an einem heißen Abend am 10. Juni 1190, geschah das Unglück. In einem reißenden, kalten Gebirgsfluss ertrank Kaiser Barbarossa. Vielleicht traf ihn auch der Schlag, oder er wurde womöglich von den reißenden Fluten mitgerissen. Wie auch immer, das Heer war des Führers beraubt. Sein Sohn, Friedrich von Schwaben, vermochte die Männer nicht beisammen zu halten. Viele Fürsten und Grafen beschlossen umzukehren, andere suchten eine Schiffsüberfahrt nach Tyros. Nur etwa die Hälfte des Kreuzheeres war bereit, sich dem Oberbefehl des Jüngeren Friedrich unterzuordnen. Die Disziplin brach ein. Plündernd und raubend zogen die Deutschen in kleinen Gruppen bis nach Antiochia, wo sie, ein verwilderter Haufen, Ende Juni 1190 eintrafen und gastfreundlich von Fürst Bohemund von Antiochia aufgenommen wurden. Friedrich von Schwaben verlor, rotblond seine Haare, strahlend der Blick, edel, leutselig und gottesfürchtig. Ein großartiger Feldherr, ein genialer Erfinder, wenn es um neue Belagerungsmaschinen ging. Und Verse von hoher Qualität schrieb er auch noch. Gemeinsam mit seinem königlichen Vetter Philipp von Frankreich beschloss Richard, die Einführung eines Saladin zählend. Jeder Untertan musste ein Zehntel seiner Jahreseinkünfte abliefern, um die Ausrüstung des Kreuzfahrerheeres mitzufinanzieren. Am 4. Juli 1190, drei Jahre nach dem Fall von Jerusalem, brachen die beiden Könige gemeinsam auf. Zwei unterschiedlichere Heerführer mag es in der Geschichte selten gegeben haben. Auf der einen Seite der ungebändigte, tatkräftige Richard, dem es allerdings an politischem Scharfsinn mangelte. Auf der anderen der geborene Diplomat Philipp, dem es nur um die Größe Frankreichs ging. Die beiden Könige erfuhren, dass der Herr der abendländischen Christenheit, Kaiser Friedrich Barbarossa, nicht nur das Kreuz genommen habe, sondern bereits die Donau abwärts fahre, um danach auf dem Landweg von Wien aus quer durch den Balkan das heilige Land zu erreichen. Das war überraschend, denn Barbarossa war 70, er hatte ja schon den unseligen zweiten Kreuzzug unter seinem Onkel Konrad III. mitgemacht und mochte sich über die Lage in Palästina keine Illusionen machen. Aber man erzählte sich, dass der Kaiser geweint habe, als er vom Verlust Jerusalems erfuhr. Niemand habe ihn davon gezogen.